Langsam glaube ich wirklich, dass das Set Verschwendung ist. Wenn jetzt natürlich wirklich eine massivst wichtige Info in Nachrichten 19 oder sowas versteckt ist, dann Chapeau-Spiel, du hast mich outplayed. In dem Fall ist mir das dann aber auch egal. Okay. und Der hat sogar zwei Flügel. Ja, richtig. Und ja, gute Frage, ob Anjin hier ist oder nicht. Wow, what the fuck. Echt jetzt? Das Zeug jetzt? Lol. Den fand ich lustig. Das war ein lustiger Kampf. Oh, Cloud. Hey. Wolltchen-Chan, was ist los? Und da entlang, Oki. Anjira wartet mich. Gut zu wissen. Oh, kriege ich jetzt mein neues Schwert? Das wäre voll töfte. Hier sieht's für'n Badajus ziemlich schmuddelig aus. Ich ja mal behaupten. Oh. Wenn ich das hier gesehen hab, will ich hier nicht mehr baden wollen. Oh, wait. Scheine hier falsch zu sein, oder? Ah ne. Da steht plötzlich hier nicht drüber. Toll. Ah, Menno. Hä? Da bin ich gekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Gratulationsspiel. Du hast es geschafft. Und das mit deinen doch feldmäßig kleinen Maps. Abo? Das Spiel hat es geschafft, mich zu verwirren. Ah. Merci. Achso. Mir geht's. Hast du recht, Maff? Ich habe das gemacht. Das zuviel, wenn ich mich zu sehen habe. Nachdem ich mich zuhause bin, ist das Wunschlag. Dann wäre es wie ich. Die Bedeutung. Ich würde mich zu erwerben. Was ist denn dagegen? Wer ist die void? Ich würde mich zu diesem Wunschlag crackers kurcht. Aber du hast dich ihres Spiel. Ich würde mich sagen, was Sie setzen? Hm. Ja, das ist ein Verrückter. Sie sollten sich daran daran denken. Ihr Name ist, dass es sich in den Kodenamen geblieben ist. Project G. Das heißt, Project Jillian. Du hast deine Mutter gesagt. Die Frau, Jillian. Die Frau, Jillian. Oh, Genesis ist ein Fehler. Ich verabschiede. Aber, Anju, du hast du in den Körper des Gehirn geöffnet. Du bist perfekt. Zacks, du bist perfekt. Du bist ein Monster. Aber ich habe meine細胞 in den anderen Teilen genommen und kann es verletzten, dass ich das nicht verletzten. Ich habe die Möglichkeit, dass ich die Möglichkeit, die Jerova zu retten habe. Tch! Zacks, du kennstest du? Ich habe das alles, dass ich mich mit der ganzen Welt beschäftigt habe. Aber du bist nicht anders. Ich werde mich selbst verletzen. Zacks. Ich werde dich sehen. Stop! Ich werde mich nicht wiederholen. Hm. Da sind ein paar viele. Ich werde mich nicht mehr in Verschmelzung von all den Viechern. Okay. Ist das unser nächster Boss? Dürfen wir ihn jetzt prügeln? Sieht so aus, ja. Okay. Hm. Und so Leute! Sieht auf. Ich werde mich nicht mehr im 14 것은. Ich werde dich direkt. rawn. Ich werde mich nicht mehr in der Vorstellung. Ich werde mich nicht mehr in Verschmelzung ab. Ich werde mich uh in den Jahres Pressen erm 하시고 mit ihm nachge signals. Ich werde mich nicht mehr aus. Ich werde mich zum Beispiel schiefen. Ich kann mich beim Ver und heile mich etwas machen veramente. Ich bin, aber mich nicht mehr so schifáz mir einen nesse Vergleich ein Rapp. man kommt schon das will ich meinen schwert und hier 50 prozent schaden sollte okay sein absolutes schnückelchen ich würde es vielleicht nicht als haus haben wollen aber grundsätzlich cooles design so fertig sobald seine scheiß physische barriere weg war was halt kein problem mehr zacks Ich kann mich nicht vergessen. Oh, der Regen kommt gerade richtig. Als würde der Himmel mit uns weinen. Okay, Zacks, wenn man auf die Straße geht, dann wird der Himmel nahe, oder? Ich bin Angst, aber ich bin froh. Ich bin froh. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was ist das?